Hey Leute, ich bin's, Mac Peverek. Ja, hier ist ja nicht mehr viel zu holen, aber Leute, Achtung, wenn ihr noch heile Buchsbäume habt oder wenn die sich schon erholen gerade, er ist wieder am Start. Der Buchsbaumzündler kommt gerade wieder, zumindest bei mir hier in Niedersachsen. Ich zeige euch das. Ich habe nämlich gerade eben meinen Bonsai hier, meinen Buchsbonsai angeschaut, der ja sich gerade am Erholen ist und jetzt sehe ich hier so ein bisschen, ja, angenagte Stellen, auch so ein bisschen wie so Spinnweben drin und ihr könnt mal sehen, wie gut sich der Buchsbaumzündler tarnt. Ja, hier, hier ist er. Da, da könnt ihr dann sehen, das Ungeziefer. Genau hier ist er drin. Ja, da. Und deshalb werde ich jetzt hier meine Pflanze erstmal, ja, absuchen, alles entfernen und dann, ja, werde ich sie erstmal woanders aufstellen. Ja, leider häufen sich diese Attacken auf vier bis fünf Mal im Jahr und, ja, jetzt ist es wieder so weit, wie man den ganz gut bekämpfen kann. Falls ihr einen Befall feststellt, habe ich euch hier verlinkt. Das geht mit Hausmitteln, Öl und Essig. Das geht wirklich sehr, sehr gut, ist sehr effektiv und hilft sehr schnell. Das solltet ihr unbedingt anwenden, wenn ihr jetzt auch einen Befall habt. Deshalb geht gleich in den Garten, schaut eure Pflanzen mal an und denkt dran, er befällt nicht nur Buchsbäume, auch dazu habe ich ein Video gemacht, das ich euch hier einmal verlinkt habe. Schaut es euch auch an. Ja, in diesem Sinne, ich wünsche euch alles Gute, euer Mac Peverick.